Herzlich willkommen bei Mailshop, Ihrem Spezialisten für hochwertige Brillengläser und augenoptisches Equipment. Mitten aus dem Herzen Baden-Württembergs, vom Rand des vom Weinbau geprägten Nordschwarzwalls, direkt aus Mühlacker, erhalten Augenoptiker aus dem In- und Ausland ein umfangreiches und zeitgemäßes Sortiment an Produkten, die Sie als Brillenfachmann tagtäglich in Ihrem Geschäft benötigen, damit Sie der Garant für zufriedene Kunden sind. Gegründet von Dr. Klaus Wehmeyer, einem Experten rund um Brillenglasentwicklung und Vertrieb, handelt der Mailshop seit 1997 mit Brillengläsern und Optikerbedarf. Um seinen Kunden stets mit fachlichem Rat beiseite zu stehen und um eine bestmögliche Qualität zu garantieren, vertraut der Mailshop in vielen Positionen auf Ingenieure der Augenoptik, Augenoptikermeister und Fachkräfte. Angefangen beim kompetenten Telemarketingcenter, das Sie auf Augenhöhe berät, bis zum Einkauf und Management. Somit sind Sie immer bestens beraten, denn wir wissen, was Sie wünschen und bieten ein optimal sortiertes zeitgemäßes Angebot zu attraktiven Preisen. Auf dieser Basis haben wir den Mailshop stetig aufgebaut und mittlerweile kümmern sich 90 Mitarbeiter tagtäglich darum, dass mehr als 5000 Augenoptiker in Deutschland, aber auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich oder Tschechien schnell und zuverlässig beliefert werden, um Ihrem Kunden einen Service par excellence zu bieten. Durch die Vielzahl von Brillenglasstärken bedingt, hat unser Unternehmen eine enorme Auswahl an mehreren hunderttausend Brillenglasvarianten lagernd. Doch gleich, was Sie benötigen. Sie können sich immer darauf verlassen, Ware einzukaufen, bei der das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Lagergläser werden in weniger als 24 Stunden dank bester Organisation und erfahrener Logistikpartner ausgeliefert. Denn nur so bleiben unsere Kunden wettbewerbsfähig gegenüber den Großfilialisten mit ihrer hohen Einkaufsmacht. Übrigens, nicht vorrätige Sonderanfertigungen werden schnell und zuverlässig bei unseren Hightech-Partnern weltweit gefertigt. Ganz gleich, ob Augenüberprüfung, Arbeiten in der Augenoptikwerkstatt oder repräsentativer Verkaufsraum. Mailshop liefert auch hierzu die benötigten Produkte. Das Sortiment erstreckt sich von hochwertigen Messgeräten, der Ausstattung für die Werkstatt und den Verkaufsraum bis hin zu den verschiedensten Brillenfassungen. Und das in geprüfter Mailshop-Qualität. Konsequente Entscheidungen und flexibles, zeitgemäßes Agieren, auch mal gegen den Strom schwimmend, aber stets den Kundenerfolg im Auge, prägen unseren Alltag. Ein Ergebnis? Der Mailshop ist der Finder der durchgebogenen Sportbrille in Sehstärke. Trendy und funktional überzeugen unsere Performa-Sport- und Lifestyle-Brillen. Mit richtig attraktiven Angeboten und verkaufsunterstützender Werbung aus der eigenen Kreativschmiede gelingt es unseren Kunden, Brillenträger auch für das so attraktive Thema richtig sehen im Sport- und Freizeitbereich zu begeistern.